Hallo da draußen. Mein Name ist Jan Philipp Albrecht. Ich sitze für euch im Europäischen Parlament und ich habe eine Broschüre rausgegeben, die heißt Europa Rechtsaußen. Da geht es um die Machenschaften der Rechtsaußenkräfte hier im Europäischen Parlament, also Rechtsextremisten, Radikale, die sich hier versammeln. Zum Beispiel Marine Le Pen aus Frankreich oder Herr Strache aus Österreich mit seiner FPÖ. Diese Parteien sind hier vertreten und ich möchte so ein bisschen darüber aufklären. Deswegen gibt es diese Broschüre, in der wir Informationen über deren Parteien zusammengesammelt haben und was sie hier im Europäischen Parlament machen. Informiert euch doch einfach mal und verteilt sie. Ihr findet sie als PDF auf meiner Webseite janalbrecht.eu oder wenn ihr sie richtig bestellen wollt, im grünen E-Shop oder eben einfach bei uns melden, dann schicken wir sie euch nämlich zu. Viel Spaß beim Lesen, beim Informieren und wirklich wichtig, verbreitet die Nachricht darüber, dass es wichtig ist, bei den nächsten Europawahlen darauf zu achten. Denn es gibt immer mehr Rechtsextreme, die hier ins Europäische Parlament einziehen und in Europa stärker werden. Dagegen müssen wir was tun und zu den nächsten Europawahlen am 25. Mai dafür sorgen, dass möglichst wenige hier einziehen. Vielen Dank und bis bald.